Spiel mal, meine Mama hat mir erlaubt, Cola zu trinken. Was ist das? Ja, okay, machen wir. Tempo war das, am Mikrofon ist Milo-Romani und das geht an alle Eltern. Dürfen eure Kinder Cola trinken und Fortnite zocken? Wenn nein, dann hört euch mal an, was passiert, wenn ihr es doch zulässt. Mein Gott, Leute, meine Mama hat mir einfach erlaubt, dass ich Cola trinken darf. Wie cool ist das bitte? Ich zocken Fortnite und trinke Cola. Yippie!